Herzlich Willkommen in meinem heutigen Video Alt und Neu in Altsburg. Zu sehen sind viele neue Lokomotiven, aber auch ältere Maschinen. Ich wünsche ganz viel Spaß, ich würde mich auch über Likes, Abos und Kommentare unheimlich freuen, damit ich meine Videos weiter verbessern kann. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Na meine lieben Freunde, hier steht mal ein reinrassiger Containerzug. Wie ihr seht verschiedene Container, dieser Zug wird dann auch demnächst unterwegs sein mit NR217 gespannt. Und hier steht mal ein reinrassiger Containerzug. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein kleiner Blick hinter die Kulisse Ein gut gefüllter Schattenbahnhof wie man sieht Hier fährt gerade eine 185 durch das Bild mit einem Kesselwagenzug Mich würde es freuen, wenn euch das Video wieder gefällt Wenn euch der Film gut tut und ihr einfach wieder Inspiration bekommen habt Für eure Modelleisenbahn Lasst auf jeden Fall Likes und Abos und Kommentare Dort beim Video Ich würde mich freuen In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal